ja und herzlich willkommen auf dem kanal alle lente zu einer neuen folge badwoss mit dem kerner und dem mark den kennt ihr aus der letzten folge ich hoffe der strafft sich heute sonst wird der eisker gemutet und gebannt für immer und wir spielen eindeutig auf der map er hat nicht mal einen skin der wichser mann alter was ja toll mit dem obermog im team ist der sechster es ist sein geburtstag oh mann alter wenn naja ich hatte einen auch ich habe einen auch aber es ist ruckelt ein bisschen ich weiß nicht warum guck deine randomness an die habe ich eigentlich die ist wieder down also so 10 spiel ich eigentlich ja der baut schon freisig wenn du 60 fps renn lassen 60 fps einstellst hast du 60 fps und dann renne ich das ganze auf 30 fps runter und latzen 30 fps hoch das interessiert grad gar keinen hey easy ich bin im bett lol warte mal bekomme ich jetzt hier wieder raus was hast du getan ja ich bin hier drin wo spawnen wir eigentlich kann mal jemand sterben ja ja wartet mal ich bin hier drin wir können jetzt nicht zu bauen wir haben das sogar eben auch die fehler gemacht ja warte mal wo spawnen man der typ verpiss dich nicht also man spawnen draußen das heißt wir können das ding quasi komplett einbauen ja man guck dir das doch mal an das wird doch schon mit einer zwei minuten runde ja das was sind das denn für lags also das ist aber auch nicht jetzt fps technisch ist einfach moroc-like mann junge alter man jetzt gibt mir doch mal ein bisschen stuff ja ich mach doch gerade eisen dann können wir uns eisen legen ja ich mach auch gerade eisen ich will eisen werden mag mir doch egal moroc ja moroc ohlala 48 hohen blöcke oder hey glaub ich bin eisen ich bin eesboy degaschieberer alter richtiger moroc würde ich mal sagen sooo alter das ist so das hässliche optifake jetzt mal ganz im ernst mal was haben sie sich dabei gedacht ich? ja guck mal einen skin an und dazu den ja skin, skin, hallo skin, cape und spieler sind hässlich moroc 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 ah 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 alles genau alter 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 hat jemand essen? easy oder einfach hier ein lieferheld der luftdreinach gekommen wurde hier oh lol die kommen man moroc hier nehmt auf hi ey der macht peace mit uns der faked sich an der moroc east to one oh es laggt aber auch komisch ne also so komisch halt du weißt wie ich mein ja komischerweise weil moroc ach fuck den alter ja warte mal wenn der sich auf der seite hochbaut brauche ich mich auf der anderen hoch ganz easy ja loli ist ein loch ich geh jetzt wieder zurück ich hab einfach mal 329 ich hab über ah alter der ist auf dem dach wer will zeug haben ich hab 400 ja is ha 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 das war richtig alter ich hab ein pfeil wegschmeißen geil man alter das ist einfach low die folge ah ne ne ich hab jetzt ein ändern man verpiss dich doch ich hör mich jetzt ich hör mich jetzt krass die typen nicht mein key hoffentlich ernsthaft nein oder das ist nicht dein ernst alter ich bin so lau ich hab sechs herzen ich hab sechs herzen ist es dein scheiß ernst blau lebt noch ne 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 ja rot hat noch ne grün hat noch bett und wir haben bett und der rest ist nur noch gelb mit ein ich hab ne enderperle ne das schmeckt ne ich brauch's mal equipped sonst wird's mir die enderperle aah da ist gleich einfach 250 gekriegt aah boah ich nehm die folgen was ist denn oh alter nimm noch ne andere auf ne alter hallo das ist einfach nichts ja ist man das ist low also ich finde wir sollten jetzt Witze erzählen mauk warum am giraffen warum am giraffen denn so lang halt ja ich will das auch nicht tun leid weil der kopf so weit oben ist der war richtig schlecht der war richtig schlecht der war richtig schlecht der war richtig schlecht soll ich noch ein Witz erzählen mach mal erzähl mal ey komm aber ich will auch lachen können jetzt ey ey oh lol was kommt ein Fahrrad mit wie ich lecke du hast dich grad zwar nicht mal zurückgefordert wo steht mein ping 130 ms willst du mich eigentlich verarschen ich dachte ich hab heute alter 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 das war hyping my friend aber ihr lag komischerweise nicht weißt du ach dann sind das auch die lags die ich hab das ist einfach mein low internet weil was weiß ich mein nachbar kraft wird auf tanks downloadet werden das ist nicht dein ernst ach das ist doch unmöglich da kommt der nächste keine Pisser man und die hoh kommt mit dem boh alter ganz ehrlich alter ich lege im Mond in der Wand äh ne doch nicht 99 ms alter das ist einfach lol osbem 777 bambusleidung oder so oder osbem na eigentlich ja nicht ne ich glaube einfach server ist high überlastet ich kicke alle runter er hat einfach angemacht naja ich mach einfach meine boss aura an weiss das ist der ah der fällt einfach hä es lagern aber auch jetzt die anderen auf einem das ist dieser ns cr wie der hieß ist das ein hastiger booguk jump run skill ooooh krank alter gestraft was ist denn mit dem blöcken hier los naja jetzt mal ganz im ernst ach also ich glaube dieser server ist einfach max überleistet geh mal zu blau warum diese server naja weil irgendwie alles hier lag bei dir aber nur man nein bei mir auch ein bisschen ach alles klar weiss naja achten grün kommt hier das war bei mir nicht leck ist ein wunder oh lol alter man grün kommt moruk was ist das denn hier los unter meine wohnung moruk grün ist du amas alarm boys grün ist in unserer base ich habe das beste schwert und die beste rüstung alter das leckt aber schon nein so ein ahhh mann schloch man jetzt mal im ernst diese server leckt dazu kann man nicht aufnehmen mann moruk mir hat nichts das leckt alter guck mal was die ist das die prinzessin drück oder was halt einfach an alter halt einfach an alter halt einfach an hat der sich grad gemorukt ja ja der kommt aber gegen meins geht oh lol der hackt alter und der leckt ja ich ja ich ja cool jetzt fangen ja an sich die blöcke silber ab zu jungs jungs mann moruk geh weg die hacken alle die hacken alle alle mal fremd alles klar einfach mal sterben ohne zu sterben hä hä versteckt mich. Nein, Murut. Loli schlägt noch. Alter, dafür könnte man ein Like da lassen. Nein, warum kommt ihr zu... Gut. Alles klar. Das war easy. Vor allem das Witzige ist, der Einzige, der bei uns noch gelebt hat, war dieser Typ, der nicht mit MTS ist. 9 Minuten 51. Das heißt, wir haben genau 9 Minuten 51 Aufnahme. Das kann man als Folge super gehen lassen. Ich würde die Aufnahme einfach gar nicht nehmen. Ja, als ob ich das jetzt noch mal aufnehme. Wer bin ich denn? Bin ich hier? Ne? Ne, bin ich nicht. Das juckt dich einfach nicht, ey. Ne, das ist mir auch relativ rille, Alter. Wir haben jetzt hier Bad Wars gespielt und das war's. Also, Punkt. Dann lass noch auf eine Runde Masterwil, das machen, Alter. Da kann ich keine Feuer warten, ey. Ich kann jetzt auch noch mal eine Runde hier GTA 5 mit euch aufnehmen. Zwei Stunden. Ne. Ich bin dafür gelassen, das jetzt. Echt, Mann. Ich hab Besuch. Und der ist so gelaggt, also... Oh mein Gott. Naja, guck mal, mein Handy sagt auch schon, ich soll wieder Dragon ML spielen. Ich denke, ich werde das jetzt auch alles herausschreiben, also würde ich sagen. Ich hoffe, ich hab dir die Folge gefallen. Oder ich lass es einfach drin. Ich hoffe, ich hab dir die Folge gefallen. Ja, lass doch mal eine Bewertung da. Hey, wake up, hey, wake up, hey, wake up. Dieser Junge ist einfach nur geisteskrank. Darum machen wir es mit der letzten Folge. Wir muten uns einfach. So, ich hoffe, ich hab dir die Folge gefallen. Lass doch eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guck doch mal bei Keanu vorbei, auf jeden Fall. Alter, Mann. So, disconnected. Guckt auf jeden Fall, wenn ihr vorbei, der macht eigentlich ziemlich gute Videos. Was jetzt eigentlich, der macht, gute Videos. Die gefallen mir sehr gut. Und dann könnt ihr gerne mal vorbei schauen, abonnieren. Und ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Und ja, wie gesagt, Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal.